Europa USA Künstler, Künstler, Künstler Die brauchen nichts verkaufen Es ist alles da Wir brauchen nichts mehr kaufen Es ist alles da Dann hätte ich die Sicherheit maximal Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal Auf welchem Link sich die Software runterladen Einfach knacken, einfach knacken Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren Wie lösen wir das Problem, wie konnte das passieren Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren Bombardieren Bombardieren Auf welchem Link sich die Software runterladen Einfach knacken, einfach knacken Europa USA Pizza, Pizza, Pizza Die brauchen nichts verkaufen Es ist alles da Die brauchen nichts verkaufen Es ist alles da Dann hätte ich die Sicherheit maximal Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal Europa USA Pizza, Pizza, Pizza Dann hätte ich die Sicherheit maximal Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl Alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben Und damit kann man dann doch ganz gut was machen Millionen von Menschen überwachen Millionen, Millionen... Einfach knacken Auf welchem Link sich die Software runterladen Wir wissen nicht genau was der Hintergrund ist Aber wir können nur vermuten Dass es um die Frage letztendlich geht Die Leute subtil zu moppen Und sie damit entsprechend im Griff zu haben Auf welchem Link sich die Software runterladen Einfach knacken Auf welchem Link sich die Software runterladen Auf welchem Link sich die Software runterladen Einfach knacken, einfach knacken, einfach knacken, einfach knacken, einfach knacken. Ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Ganz gut was machen. Millionen von Menschen überwachen. Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Auf welchem Link sie sich die Software runterladen. Einfach knacken, einfach knacken, einfach knacken. Europa, USA, Pizza, Pizza, Pizza. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchem Link sie sich die Software runterladen. Einfach knacken, einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungsregeln nicht funktionieren. Bombardieren, bombardieren. Auf welchem Link sie sich die Software runterladen. Einfach knacken, einfach knacken. Europa, USA, Pizza, Pizza, Pizza. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa, USA, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Wir haben schon ein Niveau, wo die Leute gerade so kurz halten, dass sie sozusagen noch überleben, aber nicht mehr genug Freiraum haben, um sozusagen drüber hinaus zu demonstrieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Ganz gezielter Werbung bombardieren. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Bombardieren. Bombardieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Bombardieren. Bombardieren. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Was glauben Sie eigentlich, wer euch alle finanziert? Mit ganz gezielter Werbung bombardieren. Explodieren. Explodieren. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren. Europa. USA. Pizza. 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 Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchem Link soll ich die Software runterladen? Einfach knatten. Einfach knatten. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wir lösen mal das Problem. Wie konnte das passieren? Mit eben ganz gezielter Werbung zu bombardieren. So lange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren. Bombardieren. Auf welchem Link soll ich die Software runterladen? Einfach knatten. Einfach knatten. Europa. USA. Pizza. 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 Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza. 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 Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Wie redet Ihr in der Öffentlichkeit im ICE auf Facebook über Eure Firma? Pizza Paradies. Tom am Apparat. Ja, ich sehe schon. Die Broschutte kostet bei Ihnen extra. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Was kann denn überhaupt nur Europa? USA. 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 Europa. USA. Pizza. 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 Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Sie sind Menschen und wir sind jeden Tag belästigt. Menschen belästigt. Europa. USA. Pizza. 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 Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Einfach knatten. Einfach knatten. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren. Bombardieren. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Einfach knatten. Einfach knatten. Europa. USA. Pizza. 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 Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza. 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 Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Aber sonst kann man auf Grundrechte in Europa fröhlich verzichten und nichts passiert. Eure Datenschutzbehörde, die wird uns nicht reinfuschen, 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 nicht reinfuschen. Aber sonst kann man auf Grundrechte in Europa fröhlich verzichten und nichts passiert. Eure Datenschutzbehörde, die wird uns nicht reinfuschen, nicht reinfuschen, nicht reinfuschen. Das Risiko. Oh. Das Risiko. Oh. Das Risiko. Das Risiko. Das Risiko. Das Risiko. Oh. Das Risiko. Oh. 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 Das Risiko. Ich muss assertieren, Kritiker. Ja. Ergärmiskritiker. Fehler. Ja. Man ist über das System der Trennung. Terroristenscoring. Der Chameleonweg 11 in 10629 Berlin. Terroristenscoring. 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 Ich hätte den 13-Jähriger in zwei Minuten, wenn man Trujana erstellt, sagen Sie Trujana erstellen. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Sagen Sie Trujana erstellen. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Oh. Europa. USA. Pizza. 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 Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchem Link Sie sich die Software runterladen. Einfach schnacken. Einfach schnacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem, wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungssäge nicht funktionieren. Bombardieren. Bombardieren. Auf welchem Link Sie sich die Software runterladen. Einfach knacken. Einfach knacken. Europa. USA. Pizza. 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 Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza. 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 Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.